Sieht auf jeden Fall ganz cool aus. Ich denke, ich werde so versagen. Also für alle, die das jetzt auf YouTube sehen, ey, es tut mir leid. Ich bin echt alt und habe lang kein Call of Duty mehr gespielt. Also ewig nicht mehr. Ich gebe mir Mühe, da ich nicht komplett reinscheiße. Hold the hard point. Auf jeden Fall ist Team. Team gegen Team. Ich weiß gar nicht, wo... Oh, hier ist Levelgrenze. Ups. Ja! Digger, ich bin einfach... Ich bin Profi. Sage ich. Profi, Digi. Der Profi, Digi. Der Profi, der gar nichts trifft. Der legt sich direkt hin. Das so ein... Guckt euch an, was das für ein Schwitzer ist. Direkt auf den Boden mit ihm. Na klar. Bui. Ha! Ah, da war noch einer. Ich weiß, was ich gemacht habe. Junge, ich bin richtig am Gamen, Alter. Ich bin richtig am Gamen. Ich bin richtig am Start, Mann. Digi, ich habe irgendwas bekommen. So ein Mikrofon. Äh, so ein Telefon. He, 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 he. Ach, guck mal, hier ist voll die Camper-Position. He, he, he. Camper-Position. Sag ich doch. Sag ich doch. Hui. Das müssen wir nur noch treffen. Hu, hu, hu. Camper. Camper-Lunen-Chat. Der Camper. Der Camper auf der rechten Seite auf der Autobahn. Camper-Lu ist am Start, Leute. Camper-Lu holt sie alle weg. Ich sag's euch. Camper-Lu holt sie alle. Camper-Lu. Camper-Lu ist am Start. Camper-Lu. Hui. Rhythm Level 2. Let's go. Jetzt wissen aber, dass ich hier bin. Ah, jetzt haben sie langsam gescheckt. Dass der Lu hier ist. Sollen wir mit der Lu hier mal einen Gap-Jump machen. Ah, schade. Wo ist mein Team? Die Map ist schön klein, ne? Die Map gefällt mir. Also ist keine Scheiß-Map. He, he, he. Mann! Victory! Let's go! Ich weiß nicht, wie viel ich dazu beigetragen hab, aber ich war nicht schlecht, sag ich. Ich war nicht so scheiße. Einfach draufhalten, sag ich. Einfach draufhalten. Flash Assist! Haha! Ich flash euch alle weg, Alter. Ich flash euch weg. Camper-Lu wieder in den Chat. Camper-Lu ist back. Ich weiß aber jetzt nicht, von wo sie kommen. Haha! Ja! Was will ich machen? Ah, Team Deathmatch einfach. Cool. Das können wir vielleicht besser gewinnen. Als so Capture, herrholte Flag oder so. Haha! Ich kenn die Map halt null, ne? Nur damit ihr Bescheid wisst, ne? Der Lu kennt die Map hier null. Die Map kennt der Lu 0,00. Die eben, da kenn ich mich wenigstens ein bisschen jetzt schon mal aus. Aber die, keine Ahnung. Mann, ich hab ihn gesehen, musst du nachladen. Ich treff gar nichts. Ich weiß auch nicht. Ich glaub, ich muss gleich mal... Ich weiß nicht, ob ich es anhabe. Ich hoffe nicht, aber... Ähm... Denkst du, das muss ich auf jeden Fall ausmachen? Äh, Zielhilfe. Die hilft nämlich oft nicht, sondern gegen die muss man dann selber kämpfen. Teamate restocked. Ich ruf irgendwas. Ich ruf wieder die Polizei. Ach, der killt mich doch wieder. Ich seh, es soll schon wieder kommen. Level 3. Was kann ich da machen? Irgendwie? Ach hier, restocked. Ist das gut auch für mich? Digga, ich treff nicht. Ich bin so scheiße. Was können wir noch packen, wenn ihr euch mal ein bisschen Mühe gebt? Gebt euch mal ein bisschen Mühe. Gebt euch mal ein bisschen Mühe. Gebt euch mal ein bisschen Mühe, Alter. 87. Guck mal, wir haben gedreht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Lass mich hier in das Loch. Nein, das tut weh gegen den Sack, der die ganze Zeit nur mit seiner Sniper rumläuft. Hat da einer ein Heli? Bitte wir und nicht der Gegner. Hat er da jemanden, Heli? Ha! Letzten Kill gemacht. Let's go! Ey, die Runde war echt nicht schlecht von mir, sage ich. Die war echt nicht schlecht. Guck mal hier, Platz 3. Guckt mal an. Platz 3. Hehe.